Hast du viel Punkt zurück zu unserem Let's Play mit Ad? Wir spielen gerade auf jeden Fall... Jetzt muss ich jetzt mal die Pinnwand gehen. Weil wir brauchen Quests auf jeden Fall. So, das ist aber wahr, statt BVP uns von... Ne, BVP kommt erst wesentlich spät. Weil zum Anfang ist das ein Kampfansch eigentlich. So, wir brauchen jetzt noch einen Drachen-Nest. Was hab ich hier noch Kräste? So, jetzt denke ich hier. Quatsch, er will wieder. Albtraum. So, am besten mal mal das Drachen-Nest. Dann machen wir natürlich das Drachen-Nest. Und auch Experte. Und... Wir sterben. Oh, wir haben drei Leute. Wunderbar, das läuft schon. Ja, das kommt mal wieder nach meiner Zeit etwas. Weil, ja... Wir haben erst mal unseren Elseworld auf Level 70 hochgebracht. Dann haben wir erst mal das Inventar richtig gelehrt. Beziehungsweise halt verkauft, dass wir es mal Platz kriegen. Sodass wir halt zum Beispiel von so einem Ad oder anderen LP-Chats auch noch einen Navratab machen können. Und... Dann haben wir zwischenzeitlich andere Projekte. Also es wird dementsprechend noch eine Ankündigung bekommen. Da könnt ihr auch Fehler erwarten auf jeden Fall. So. Dann werden die Leute nicht hier lassen. So. Dann werden die Leute nicht hier lassen. Wir gehen jetzt Vierer. Jetzt werden wir alle übergefahren. Dann. Dann kommen Sie jetzt wieder zu Hause. Ich weiß, wie er sogar für uns geht. Ich bin jetzt nicht mehr so gut. Ja, ich bin jetzt nicht mehr zu wissen. Ich bin jetzt nicht mehr so gut. Ich bin jetzt nicht mehr so gut. 7. 4. 7. 8. 9. 10. 14. 15. 15. 15. 16. Hmm. Bring it through! Na, badamba ist jetzt auch. Ich brauche jetzt die Skills mit. Ich brauche jetzt die Skills mit. Ich brauche jetzt die Skills mit. Das ist ja wie der Daesh gerade. Okay. Es gibt einen Schmarrer. Haha. Okay. Okay. Es gibt einen Schmarrer. Haha. Es kommt vom Alk von Mark Reaktion. Ja. Sobald wir sind, dann sind wir in der Mitte. Okay. Wir brauchen einen Schmarrer. Wir brauchen einen Schmarrer. Aber ich will einen Schmarrer. Wir brauchen einen Schmarrer. Ich will einen Schmarrer. Ich habe einen Schmarrer. Ich habe eine Schmarrer. Er ist eine Schmarrer. oder sie ist jetzt gerade abgeholt. Das ist nicht so allzu lange Parts. Also wenn es da überhaupt ja und wenn nicht, dann einfach kleine Parts bleiben. Jetzt bin ich so gespannt vielleicht, dass es dann irgendwann dann ab einem gewissen Problem nicht wird, wo man dann irgendwie so, okay, naja, in der Arbeit machen wir nichts, jetzt wird man einfach nicht aufbauen. Mit dem wir übrigens so lange machen, dass... ... 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